Was? Los! Stirn halten! Warum ist der tut so stark? Hey, was ist los? Du kannst wohl kein Blut sehen, was? Sturmgewehr. Das gehört mir. Ich habe es gefunden. Denken Sie nicht mal drüber nach. Diese Technologie aus der Enklave gehört mir, ganz allein. Kannst Sie haben. Ein paar Sachen habe ich schon. So, benden. Nein. Akzeptieren. Geben Sie mir Bescheid, wenn Sie sonst noch etwas brauchen. Tschüss! Wir sind alle Freunde. So, ähm, Hilfe. Na super. Was darf es denn sein? Sich! Boah, wie toll das alles ist, ey. Ja, tschüss. Ha! Benden. So, und jetzt. Gegenstände. Waffen. Und Sturmgewehr. Das ist nur nicht feiner. Diese Monster. Die werden mich kriegen. Mhm. Diese Dinge. Die werden mich auch noch kriegen. Ich kann jetzt nicht anhalten. Okay. Sie werden mich nicht im Stich lassen wie alle anderen Erwachsenen? Sie können mir helfen? Jupp. Diese großen Dinger. Ganz graded schwimmelt von ihnen. Und sie haben alle Leute umgebracht. Bitte. Bitte suchen Sie meinen Papa. Ich muss erst mal meinen finden. Es war früher irgendwie schön. Dort hat uns keiner belästigt. Ich glaube, das lag daran, dass wir so nahe bei Washington waren. Wir waren sieben Leute und wohnten in alten, großen Häusern. Ich glaube, ich bin als einziger übrig. Alle anderen wurden von diesen Viechern geholt. So. In Ordnung. Ich muss es gehen. Ich wünschte, alles könnte wie... Ich auch, mein lieber Freund. Ich auch. Wir sehen uns irgendwann wieder. Ich helfe dir irgendwann. Ich muss es auch so ein bisschen herzlos sein. Tut mir leid. Oh mein Gott. Ich habe hier gefällt mir viel besser. Ah, wie habe ich hier nicht muni mit. So, ich mein jetzt auch mal eine Aufnahmenpause. Ich halte es einfach mal hier an. So. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. So, da sind wir wieder. In einer ganz kurzen Aufnahme. Und... Es ist Nacht. Wir müssen hin. Ich war ganz... Ton ein bisschen leiser. So, wir müssen... Äh... Da Daten... Ist so ein bisschen kommuniziert hier. Weltkarte. Dahinter will ich. Also muss ich hinten über den Fluss. Ich wundere mich nur, dass ich bisher noch keine erschreckenden Mobse oder so gesehen habe. Aber das fehlt mir gerade so ein bisschen. So, Dr. Who like dieser Angels habe ich auch gerade eben im Video zugeguckt. Dr. Who ist toll. Und ich würde auch gerne... Moment. Kannst gucken, ob das geht. Wie funktioniert das? Ah. Verstehe. Gut. Auf 1 jetzt die Granate. Ist übrigens auch sehr schlau. So, Moment. Wo ist denn hier eigentlich die Brücke? Gibt es überhaupt eine? Oh, bin ich lange noch vorbei. Moment, oder? Ja, da hinten. Da sieht man auch noch die Starthunde. Ich finde das sieht so geil aus hier. Also, auf Details wurde auf jeden Fall geachtet. Ach, ich bin einfach hier ein bisschen. Jo. Und so. Jo. Komm, probieren wir's. Ich habe wenig Chance auf diese Art und Weise. Und diese Waffe ist extrem. Oh, nice. Ah, das mit den Zielen ist schwer, aber... Der aufwinteren doch einigermaßen genau. Gut. Waren das alle? Ne Frage ist ja, sie kommen wir da rüber. Der hinten hoch. Ah, verstehe. Ich wusste, dass da noch irgendwo einer ist. Ich wusste, dass da noch irgendwo einer ist. So, Moment. Wie war das mit dem Essen und so? Sonstiges da. Wie? Ich kann doch ja schwimmen, oder? Ja, gut. Ah, ich mag die Swim Engine. Die Swim Engine besonders. Wie? Äh, ich... Ich stehe Steuerung grad nicht so ganz. Ah. Ah, jetzt habe ich's. Sonst, weil ich noch geduckt war. War das sehr intelligent von mir. Ich hätte die Maps sehr oft brauchen, merke ich. Gut. Hab's jetzt aber... Und bisher mag ich die Waffe irgendwie wenig, sondern die ist am besten. Unpraktisch. Bist du Freund oder Feind? Oder was bist du? Du hast noch nicht auf mich geschossen. Das bin ich gar nicht bewohnt. Doch hab ich. Ich wurde von meinen Brüdern vertrieben. Ich habe versucht ihnen klar zu machen, dass das Leben nicht nur aus Kämpfen und Töten besteht, aber sie wollten nicht auf mich hören. No. Jetzt durchstreife ich das Ödland. Auf der Suche nach einem Sinn des Lebens, bevor ich sterbe. Keine Ahnung, woher der Name kommt. Ich habe mich schon immer so vorgestellt. Vielleicht war das mein Name, bevor ich zu dem wurde, was ich bin. Vielleicht habe ich ihn auch vor langer Zeit in einem Buch gelesen. Ja, wie süß. Ähm... Vielleicht weißt du nicht, woher wir kommen. Wir Supermutanten, meine ich. Wir werden nicht so geboren. Wir werden erschaffen. An dem kalten, dunklen, metallischen Ort, an den meine Brüder ihre Gefangenen bringen und ständig versuchen, mehr von uns zu erschaffen. Ich konnte es einfach nicht. Ich versuchte, sie zum Aufhören zu bewegen. Aber sie hörten nicht auf mich. Hätten mich getötet. Darum bin ich geflohen. Schön, dass sie vorbeikommen. Ach, netter Typ, also ich mag ihn. Tschüss, Onkel Leo. Gut, dahinter. Hüpfi, 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 hüpfi. Übrigens habe ich das Gefühl, dass wenn ich das Spiel so spiele, wie ich es derzeit spiele, komme ich dann doch relativ schnell zum Ende des Spiels. Ich weiß es aber nicht. Okay, das ist ein... Ah, das ist nur ein Protektor. Verstehe. Ich habe die falsche Erinnerung, was ein Protektor ist. ... ... ... ... ... Nice. Oh, geil. Okay.